Ja, liebe Fernsehzuschauer, wir vom Weltrat haben euch verstanden, die Tatsache, dass ihr in den letzten Sendungen das Null-Zuschauer, die bis zu Ende geschaut haben, sagt, wir sollen das langsam beenden, bevor ihr Abonnenten sauer werdet. Und ich werde versuchen, heute oder vielleicht auch noch das nächste Mal zu sehen, ob, ich habe nämlich das Gefühl, ich bin zu einem Endergebnis gekommen, der ganzen Arbeit und des Ganzen, worum es geht. Und wie immer könnt ihr auch die neuesten Rezensionen lesen, die sich ja vor Begeisterung über unser Buch überschlagen und eben merken, dass die Menschen sich verändern durch das Buch. Und zwar, ja, was sehe ich als das Endresultat? Ganz erschreckend für mich auch. Im Kapitalismus gibt es gar keine Wissenschaft und kann es auch keine geben, sondern die Wissenschaft ist aufgespalten in unterschiedliche Sekten, in denen jede von ihnen von unterschiedlichen Zentralirrtümern für unterschiedliche Sparten beeinflusst ist. Und jeder Mensch kann sich nach Belieben aussuchen, auf welche Art Wissenschaft er sich beruft. Also jeder kann alles als wissenschaftlich bezeichnen, weil es praktisch in einer Universität, in einer großen Universität für alles auch eine Sichtweise gibt. Also in den unterschiedlichen Disziplinen wird knallhart das genaue Gegenteil vertreten. Und das ist eben, weil die ganze Gesellschaft nur aus unterschiedlichen Sekten besteht, bestehen auch die Wissenschaftler aus unterschiedlichen Sektiererinnen. Und die Idee über Wissenschaft und Poppers Idee über Dialog und die freie Argumentekultur über Dialog irgendwie zu einem wahrheits- oder faktenorientierten Endergebnis kommen zu können, ist absolut unmöglich und ist ausgeschlossen im Kapitalismus, weil eben die Zentralirrtümer stärker sind als alles andere. Und von daher sage ich jetzt, wissenschaftliche Diskussion ist völlig sinnlos, weil jeder bei seiner Sekte bleibt. Alles, was er mal so als Kind so geglaubt hat. Ich habe halt als Kind naturwissenschaftliche Geschichten gelernt und geglaubt. Andere haben religiöse Geschichten gelernt und geglaubt. Und so hat jeder das, was aus den Zentralirrtümern verschiedener Spaten stammt, eben erworben, sozusagen. Und das bedeutet letztendlich, dass das letztendlich ich sage, nein, es hat gar keinen Sinn. Freie Argumentekultur, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, kann immer nur innerhalb ganz enger Grenzen einer gleichen Klugheitsliga ein paar Millimeter hin und her bewegen. Aber zwischen den, was vielleicht zehn verschiedenen Klugheitsliegen oder 20 verschiedenen, wird es niemals Annäherungen geben können. Es ist also ausgeschlossen. Freie Argumentekultur klingt schön. Poppers Konzept des wissenschaftlichen Dialogs und sich langsam annähern einer Wahrheit ist alles nur Illusion. Das kann im Kapitalismus nicht funktionieren und deswegen auch, was wir machen können. Wir können nur unsere Sekte, die Sekte des naturwissenschaftlichen Denkens, über unsere Bücher den Menschen anbieten. Und bei manchen fällt der Groschen, bei manchen fällt der Groschen nicht und manche und so weiter. Und nur wer unserer Sekte nahe ist, letztens hat wieder eine Frau angerufen, die der Frau Grimmenstein nahe ist, die will immer noch ganz Deutschland und die ganze Welt retten und so weiter. Das sieht man, das ist unüberbrückbar. Wo auch immer Unterschiede und Gegensätze sind, dass jetzt verstehe ich dann auch, dass wir natürlich in den Jahren des Gesprächs hier keinen Millimeter von den Dingen abgerückt sind. Und Öffi behauptet nach wie vor, dass Menschen genauso sein könnten wie die Körperzellen des Körpers, obwohl sie genetisch genau das Gegenteil von einem separaten Säugetier sind. Für uns Naturwissenschaftler in unserer Sektensichtweise, in unserer Klugheitsliga und so weiter. Ja, und es kann keine Verständigung geben, die ganze Idee von Frack und Dialog und so weiter. Es kann nur den Kampf der Kräfte geben. Der eine findet mehr Anhänger, der andere weniger. Mehr geht nicht. Ja, was sagt ihr dazu? Wechsel? Ja, Yannick, willst du was sagen oder soll ich erstmal? Ich kann auch was sagen, aber mach ruhig, wenn du gerade was jetzt konkreter auf dem Schirm hast vielleicht. Ja, ich kann mal anfangen, okay. Wechsel 1 dann, ja, unabhängig von der genetischen Grundlage, wo immerhin, also der Konsens der Menschheit, wenn man mal zum Beispiel die Erklärung der Menschenrechte nimmt, übereinkommt, dass es eine mögliche Dimension des Menschen ist. Ich zitiere Artikel 1, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander im Geiste der Brüderlichkeit, besser Geschwisterlichkeit begegnen. Dieses Ideal als Ideal der Völkergemeinschaft und als Inbegriff der Menschenrechte, also scheinbar gehen die davon aus, der Mensch könnte so sein. Wir Schenker sagen, es entspricht der Vernunft, der Vernunft Seele, so viel Sinn wie möglich erdenken und verwirklichen zu wollen, am besten einen Sinn im Ganzen, also global denken, lokal handeln. Ob es der Genetik oder wem auch immer sonst entspricht, aber es entspricht der Vernunft. Und deshalb wird ein Mensch, der das versteht und sich mit seiner Vernunft, seiner Vernunft Seele identifiziert. Der sagt, das will ich sein, diese Dimension will ich ausleben an mir. Der wird sich durch nichts mehr davon abbringen lassen und wird es tun. Und es wäre sicherlich in der Sache betrachtet eine Form, die am direktesten, am wesensgemäßesten eine verantwortliche Entwicklung in der Welt fördern könnte oder verkörpern könnte. Und dementsprechend würde ich allen anderen wissenschaftlichen und was auch immer für Sekten oder Betrachtergruppen, würde ich empfehlen, diese Schiene, wenn Menschen sagen, wir wollen sogar nachweisen, dass wir das können. Also aus unserer Vernunft Seele so Verantwortung im Ganzen anzustreben, Sinn und Verantwortung im Ganzen. Das nicht zu behindern oder abzuwürgen, das wäre mein heißer Tipp. Natürlich am besten auch noch mitzumachen, wenn man selbst auch erkennt, das bringt einem den absoluten Selbsterfüllungsflash und den Liebesflash zur Welt und zu Gott und was auch immer man sich da für Dimensionen denken will. Also mitmachen natürlich auch gerne, aber wenigstens nicht sich dagegen stellen, abwürgen oder so. Also eher, dass man sich gegenseitig versucht in der Richtung, die man gemeinsam gut finden mag. Also wenn das sinnhaftes und verantwortliches Verhalten wäre, so gut wie möglich zu ergänzen, zu unterstützen, zu fördern, genau zu vernetzen. Ja, das ist das. Wobei ich kann, wenn keiner mir unterbricht, kann ich noch weiter sagen, realistisch betrachtet sind wir ja von der Analyse, der Wirklichkeitsanalyse, die Dillen davor trägt, nicht unbedingt weit entfernt. Gut, ich habe in der letzten Woche gleich drei Artikel aus Fachzeitschriften gelesen. Der eine Artikel sagt, die Menschen lassen sich dressieren, allein schon durch Wiederholung. Nehmen Sie Dinge dann auf und trotten dahinter her, wenn es oft genug wiederholt wird. Ich füge noch hinzu, und das hat der andere Fachartikel gesagt, wir sind weiter mit Leckerlis belohnbar, Brot und Spiele. Also nicht mal das, was für uns wirklich auf lange Sicht gut wäre, sondern kurzsichtige Belohnungssuchteffekte sogar, Tellerrand- und Suchteffekte sind leitend. Und ein anderer Fachartikel sagte, wir sind echte Hordentiere. Also wenn wir mit der Masse trotten können, dann ist das so ein gewaltiger Schub, ein Sog, dass dem die Menschen kaum sich entziehen können. Und der Artikel, der beschrieben hat, dass wir durch Wiederholung so toll dressierbar sind, der hat gesagt, die entsprechende wissenschaftliche Studie hat dann auch untersucht, ob sich das unterscheidet jetzt vom einfach denkenden Menschen, der nicht so viel Grips im Kopf hat, bis zu den intelligentesten Akademikern. Und man ist zum Ergebnis gekommen, dass man keine signifikante Unterschiedlichkeit feststellen konnte. Das Spannende ist für mich nur, wie endet dann dieser Artikel? Er sagt, ähnlich wie Dylan es auch als Schlussfolgerung zieht, oh, das hört sich ja schrecklich an. Also wenn die Menschen so blind quasi zu irgendwas durch Wiederholung gebracht werden können, das kann ja völlig verkehrt sein. Es ist jedenfalls nicht geprägt von einer Prüfung, inwiefern das langfristigen Sinn- oder Verantwortungsargumenten entspricht. Ja, also wenn das so ist, dann bringt es vielleicht wenig, sich da aufs Argumentieren mit irgendwelchen anderen Standpunkten einzulassen, um sie doch von der Richtigkeit von irgendwas zu überzeugen. Also der Artikel, der Artikel kommt zu dem Fazit, vielleicht ist es besser, dann einfach nur seine Schiene so lautstark wie möglich durchzusetzen und mit dem Megafon quasi immer wiederholen zu können und die anderen Schienen möglichst stark unterbuttern zu können. Also ich sage in meinen Worten, wegcanceln zu können am besten, weil nicht durch Überzeugungsarbeit, Argumentation, sondern dadurch, dass man mitmacht beim sich dressieren mit der Hinterholung, kommt man voran. Janik, magst du? Janik, magst du? Ja, Wechselnull. Ja, das ist interessant. Also die, sage ich mal, ernüchternde Anerkennung der Realität ist ja auf jeden Fall auch was Gutes. Also man sollte da jetzt ja auch nicht irgendwie Dinge schöner reden, als sie sind, was jetzt, sage ich mal, so die, ja, Erfolge vielleicht angeht, die man jetzt nicht so gehabt hat vielleicht. Auch wenn du jetzt meinst, in den letzten drei Jahren, was jetzt so die Annäherung angeht, weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt deine Sichtweise teilen würde. Dass es gar keine 0,0,0 Periode Prozent gegeben hat oder nicht vielleicht doch 0,0000001 Prozent Annäherung. Also ich weiß nicht, ob es gar nichts ist oder vielleicht doch ein bisschen Annäherung. Ja, aber ich denke, wir können da auf jeden Fall gut weiter auf der besten Schiene fahren, weil solange man nichts Besseres gefunden hat, bringt es ja nichts, das Beste sozusagen sein zu lassen und die Flinte ins Korn zu schmeißen. Und ja, resigniert weniger zu tun und damit auch weniger für seine, auch für seine eigene Seelenerfüllung zu tun. Insofern, ja, denke ich, kann man gut dabei bleiben, versuchen weiter zu forschen, die Dinge weiter zu entwickeln, sich weiter Gedanken machen und ja, das ist das, was mir gerade dazu einfällt und damit gebe ich gerne auch mal wieder weiter und sage Wechsel. Wechsel zwei. Ja, wir beide haben noch als einzige Zeit, Janik. Ja, und ich mache gleich mal deutlich, wo ich den zentralen Unterschied sehe. Ich werde also jetzt nur sprechen von der Sekte der naturwissenschaftlich orientierten Denker, der ich angehöre. Die sieht das so, dass wenn ein Mensch eine gute Absicht hat, aber diese gute Absicht sozusagen nicht gleichzeitig auch zu der höchsten Belohnung führt, sondern eher zum Beispiel zu keiner Belohnung führt, dann entsteht daraus aus unserer Sicht zwangsläufig eine Selbsttäuschung und daraus resultieren dann nur scheingute Taten, weil nämlich die gute Absicht zusammen mit einem Zentralirrtum dazu führt, dass eben diese Selbsttäuschung im Zentrum steht und dann nur scheingute Taten entstehen. Und während die Schenker davon ausgehen, dass sie, dass alle Milliarden Menschen vorher irgendwie offensichtlich noch nicht gut genug, guter Absicht waren, als sie die Hölle auf Erden bereitet haben, sozusagen, die hätten noch die Absicht noch, die gute Absicht hätte stabiler sein sollen und massiver sein sollen. Und dann hätten die auch genauso wie die Schenker tatsächlich auch Gutes getan. Während wir Naturwissenschaftler überzeugt sind, nein, früher hatten auch schon Milliarden Menschen allerbeste und gute Absichten, da aber die Belohnung dafür fehlte, kam es in dem Gehirn zwangsläufig zur Selbsttäuschung. Die Zentralirrtümer wurden stärker geglaubt als zentrale Wahrheiten und durch die Zentralirrtümer kommt es dann zur Selbsttäuschung und dann kann das Gehirn quasi damit leben, dass es schlechte Taten tut, aber denkt, es täte gute Taten. Und genau aus unserer Sicht sind die Schenker in ihrer geisteswissenschaftlichen Sekte in diesem Irrtum gefangen und die Schenker sehen das wahrscheinlich wiederum genau umgedreht. So, ich mache erst mal kurze Pause, da kann ja der Janik schon mal antworten. Ja, Wechseln, Null, die Belohnung, also die Belohnung bei uns Schenkern ist keine Belohnung auf materieller, kurzfristiger Befriedigungsnatur, sondern die Belohnung ist eher etwas, also die Belohnung ist schon da beim Tun. Also während man jetzt, sag ich mal, sonst in solchen Bedingungen vielleicht erlebt, man tut etwas, man bekommt dann eine Belohnung und wird dann so dressiert, wie er jetzt hier auch gesagt hat, dass es in dem Artikel ja auch wohl keine großen Unterschiede oder keine signifikanten Unterschiede gäbe zwischen den intellektuell niedriger Angesiedelten und den Höherintellektuellen, was dann auch, ja, wo man sich beider natürlich auch die Frage stellen kann, wie kann man diese Intelligenz messen? Also wenn jetzt auch ein höherintellektueller Mensch sozusagen, Wechselwunsch, dann ist ja sozusagen seine Intelligenz auch irgendwie eventuell etwas in Frage zu stellen vielleicht. Ja, genau, also bei uns geht es halt nicht darum, um jetzt in irgendwelchen Bedingungen sich Befriedigungen einzukassieren, sondern die Befriedigung ist schon, dass das Handeln und die Erfüllung in sich im besten Fall wechselt. Wechsel zwei. Ja, also der Punkt ist ja folgender, dass die Frage ja war, seid ihr der Ansicht, nicht, dass die bisherigen Menschen, die eine Hölle auf Erden bereitet haben, dass die alle schlechte Absichten hatten oder nicht gut genug gute Absichten hatten oder nicht nachdrücklich genug? Wieso glaubt ihr Schenker denn es besser machen zu können, dass eure guten Absichten tatsächlich völlig unbeeinflusst von dem Gehirnmechanismus, den ich gerade geschildert habe, da zu Lösungen kommen? Und ich schildere noch einmal zum Schluss den Gehirnmechanismus. Also wir in der naturwissenschaftlich-biologischen Sekte glauben an die Religion, dass also das Gehirn ein flexibles Organ ist, wenn sozusagen gute Absichten muss ein Organismus, der sozial ist, immer bekunden. Das steht fest. Also gute Absicht wird immer formuliert. Aber wenn eben eine Tat, eine gute Tat nicht zur Belohnung führt, sondern eher die schlechte Tat zu den großen Belohnungen führt, dann kann es eben sein, dass das Gehirn einen Zentralirrtum für eine zentrale Wahrheit hält, und da aufgrund des Zentralirrtums dann die schlechte Tat begeht, riesige Profite einheims dadurch, und sozusagen dann stimmt die Kette, gute Absicht, Selbsttäuschung durch Zentralirrtümer und scheinen gute Taten, in Wirklichkeit schlechte Taten, bringt biologisch dem Organismus den Gewinn, den er braucht. Und deswegen ist ja aus unserer Sicht das Fehlen der Belohnung für die Akte der Nächstenliebe der Grundfehler. Aber wieso glaubt ihr, dass ihr die Belohnung nicht braucht, sondern dass ihr die gute Tat unabhängig von dem Belohnungsaspekt hinkriegen würdet, während die ganze Welt vorher das nicht hinbekommen hat? Wechsel? Wechsel Null. Ja, man könnte vielleicht sagen, die Belohnung ist unterschiedlicher Natur. Das ist ja jetzt keine kurzfristige Befriedigungsbelohnung, die wir da erhaschen, sondern die Belohnung ist halt sozusagen in der Sinnverbundenheit in sich. Und ich denke, wer ist schon fehlerhaft? Fehlerfrei, meintest du? Wer ist fehlerfrei? Man kann, denke ich, nur versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen, da sich möglichst weit gedanklich aufzustellen und möglichst wenig Irrtümer dementsprechend zu machen. Aber ich meine, wir würden ja auch sagen, wenn uns jemand mit Argumenten da beugen kann, dass wir da irgendwie falsch liegen und es eigentlich anders besser machen könnten, könnten wir uns darüber freuen, über diesen Fortschritt, den wir dann erleben könnten. Ende. Ja, Wechsel zwei, meine letzten Sekunden. Ja, also ich würde es gar nicht so sagen. Ich würde ja heute, ich bin ja heute sehr versöhnlich gestimmt, ich würde so sagen, nein, es ist einfach so. Unsere Sekte sieht das halt so. Und wie eben im Kapitalismus. Unterschiedliche Sekten gibt es halt überall. Und unsere Sekte sagt halt, es sei ein Problem, dass wenn jemand gute Absicht habe, aber dafür keine Belohnung da ist, dass es da ruckzuck aus unserer Sicht zu einer Selbsttäuschung durch irgendeinen Zentralirrtum kommen kann. und dass dann diese Person nur noch scheingute Taten begeht und am Ende letztendlich doch wieder Taten tut, die eher schlecht sind und ihrem eigenen Egoismus und ihrer eigenen gesunden Gier dienen, weil das eine biologische Konstante ist aus unserer sektiererischen Sicht. Aber aus eurer Sektensicht sieht das ganz anders aus und beide dürfen nicht kritisiert werden, weil es ist halt so, wie es ist im Kapitalismus. So, neue Uhr. Alle kriegen neue Redezeit. Moment. So, neue Runde. Ja, Wechsel zwei. Ich mache gerade nur noch den Satz zu Ende. Also das heißt, ich sehe es mittlerweile so fast schon, ich muss fast dem Luki recht geben, Im Kapitalismus ist es so, dass jede Sekte ihre Wahrheit hat und ihre Sichtweise und die ist durch keine freie Argumentekultur und durch keinen Verweis auf Wissenschaftlichkeit oder wissenschaftliche Argumentationszirkel in irgendeiner Weise zu korrigieren. An der Universität gibt es 30 verschiedene Fächer, die zum gleichen Thema 30 unterschiedliche Wahrheiten behaupten und das lassen wir einfach so. Es geht einfach nicht anders. Es gibt einfach nur für uns die Hoffnung, dass sich ein paar Leute, dass sich ein paar Milliardäre, Professoren, Doktoren, weiter und so weiter, lauter hochgebildete Leute sich zufällig auch der Sekte der naturwissenschaftlichen Fantasten sozusagen anschließen und sagen, wir machen dieses Gemeinwohlland und lassen die anderen Sekten alle hinter uns und lassen die nicht rein bei uns, sondern machen unsere Insel, machen unser Israel sozusagen und alles andere versuchen wir auszublenden. Wir versuchen militärisch durch NATO-Mitgliedschaft und so weiter oder ähnliches ausreichend geschützt zu sein und lassen dann all diese unterschiedlichen und vor allem die ganzen Alternativsekten dieser Welt grundsätzlich alle hinter uns, aber es ist egal, weil die Alternativsekten haben ja ganz viele Freunde in den unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen der Universitäten. Also es sind ja nicht nur Alternativler, sondern es sind jeweils Teile der Gesellschaft, die aus unterschiedlichen Mustern und jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht ist natürlich auch unser Menschenbild, besteht vielleicht doch noch aus versteckten Zentralirrtümern, obwohl ich da zum Glück auch anhand der Rezensionen, die die Leute hier schreiben, hier gerade, das ist eine Psychotherapeutin, die das so tief verstehen, die Leute, dass man sagen kann, ich bin guter Hoffnung, dass wir die einzige Sekte ohne Zentralirrtümer sind, aber das kann natürlich täuschen und vor allem sehen, dass die anderen Sekten natürlich genau anders, die haben das Recht zu sagen, nein, wir als Sekte sind der Meinung, nur dass ihr als Sekte der Biologen und Naturwissenschaftler euch da irrt in eurem Menschenbild und eurem Bild von der Naturgesetzlichkeit der Psyche, die nicht anders kann, als mit Selbsttäuschung zu arbeiten. Wechsel? Ja, wechseln, wenn jetzt Öffi nicht noch direkt da was zu sagen möchte. Du kannst ruhig erstmal. Ja, also im Prinzip, denke ich, sind wir da ja uns auch gar nicht so weit auseinander. Jetzt sage ich mal so dieses klassische Beispiel, der Arzt, der seine Belohnung doch nicht dafür bekommen soll, dass die Kranken immer dauerhafter seine Patienten bleiben, sondern der Arzt soll seine Belohnung bekommen, wenn er möglichst schnell, ja, man könnte ja vielleicht auch sagen, arbeitslos wird, beziehungsweise wenn die Leute gesund werden und ihn eben nicht mehr brauchen. Wobei jetzt sage ich mal, bei diesem, da gibt es dann dieses Konzept mit dem Belohnung. Wechselwunsch? Ich denke, dass wir es auch ohne Belohnung schon machen, dass wir das wirklich Gute tun, sage ich mal. Ja, dann gebe ich gerne mal an dich rüber, Dylan. Wechsel 2. Ja, ganz kurzer Hinweis. Bei uns wird ja der Arzt nicht arbeitslos, denn seine Leistung besteht aus der Bereitstellung in seiner Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft mit dieser großen Bandbreite an Freizeitkursen, Kursangebot. Er ist also ein Veranstalter mit Kursen, die alle, die Menschen wieder einen Millimeter stärker wegbewegen von den Krankheitsgefahren hin zu einer gesünderen Lebensweise, hin zu einem Kommune leben, hin entwickeln zu einem Gruppenfamilienleben und was auch immer. Also das heißt, der wird nicht arbeitslos, aber es werden natürlich manche Ärzte, die das nicht so gut können, die werden dann einfach in anderen Teilen der Wirtschaft eingesetzt werden und da ja die ganze Wirtschaft aufblüht mit einem riesigen Wirtschaftswunder von, in Deutschland wären das 500 Milliarden Euro jährlich, würden die natürlich auch wieder gut bezahlte Jobs finden, auch wenn die wegen mangelndem Talent für diese Präventivmedizin dann eben in anderen Bereichen der Gesellschaft ihr Talent einsetzen werden. Wechsel? Ja, Wechsel null. Ja, also die die Orientierung hin zum wirklich heilsamen Handeln und nicht jetzt sozusagen Leute in seiner Abhängigkeit behalten, um da irgendwie Geld mit zu verdienen, also nicht mit dem Leid der Menschen Geld verdienen, sondern sozusagen dafür zu sorgen, dass die Menschen wirklich gesund werden. Da denke ich, sind wir uns, ja, sind die Schenker und auch die Gemeinwohllandmenschen sich denke ich schon einig. Wobei, jetzt sage ich mal bei uns, wobei wir Schenker sagen, dass wir das auch so machen würden, auch wenn wir jetzt keine, kein Geld dafür bekommen oder jetzt keine direkte, also wir müssen, wir müssen, wir können es auch so schon machen und wir brauchen keinen Pressurmechanismus zum guten Pug. Das ist jetzt unser, unser Ansatz. Ja, genau. Ja, Wechsel. Wechsel 2. Ja, Janik, das ist eben, wäre jetzt euer Glaube, nämlich, dass ihr glaubt, dass bei euch die gute Absicht tatsächlich auch direkt gefolgt wird von der guten Tat und ich habe ja die letzten Sendungen deutlich gesagt, dass ich das anders sehe, dass ich bei euch den Verdacht habe, dass die gute Absicht, genau wie bei jedem anderen biologischen Organismus, sozusagen letztendlich, die gute Absicht ist bei jedem sozialen Menschen da, der sich nicht unbedingt definiert als ich bin der Böse, ist die da, die gute Fassade, die muss einfach sozial sein, aber der Punkt ist eben für uns so, dass, und das war ja der Grund, warum ich meine Praxis eben geschlossen habe, weil ich für mich genau wusste, dass unsere Sekte, die Sekte der naturwissenschaftlichen Denker und Biologen, den tiefen Glauben hat, dass, wenn die gute Absicht, aber einhergeht mit einer fehlenden Belohnung für die gute Tat, und wenn die schlechte Tat, nämlich das Krankhalten der Menschen, fürstlich belohnt wird, aber das Gesundhalten der Menschen nicht belohnt wird, dass dann die Psyche sehr biegsam ist und sehr schnell auf ein Zentralirrtum hereinfällt und dann wieder scheingute Taten tut. Und die Schenker sagen nun einfach, nee, wir können das besser, bei uns wird die gute Tat einfach, da ist dann so eine starke Kraft, dass dieser biologische Mechanismus, den die Sekte der Biologen behauptet, bei uns nicht passiert, aber wir hatten ja, die letzten Sendungen waren ja die Diskussion, dass wir genau da an diesem Punkt auch unterschiedlicher Sichtweise waren, dass ich meinte ja zu sehen, dass die Schenker tatsächlich sich nur im Bereich Scheinguter Taten bewegen würden und die Schenker sagen, nein, bei uns, das sind alles gute Taten. Wechsel? Wechsel null. Also jetzt habe ich gerade drüber nachgedacht, ob man, wie gut ist, ist eine Tat, die sozusagen dann nur aufgrund dessen getan wird, weil sie einen eigenen Vorteil mit sich bringt. Wechselwunsch? Nee, ich streiche das nochmal. Ich müsste da jetzt, glaube ich, erstmal selber nochmal länger darüber nachdenken und deshalb waren das jetzt eher so Gedanken gewesen. Wechsel, ja. Wechsel zwei. Ja, also unsere Sekte, die Sekte der biologisch-naturwissenschaftlichen Denker, die sagt ja ganz klar, leider ist eben die gute Tat, die nur gemacht wird aufgrund einer gezielten Belohnung für die gute Tat, das Einzige, was dem Menschen möglich sei. Also das ist ja der tiefe Glaube der Biologen, dass Menschen das gar nicht anders können. Das heißt, nur dann, wenn es für etwas geht, oder man kann die Weltgeschichte des Kapitalismus nur verstehen, diese ganzen bösen Taten, alle nur verstehen, wenn man versteht, dass in dem Fall die schlechten Taten höher, weil sie höher belohnt wurden als die anderen, trotz der guten Absichten und Lippenbekenntnisse all der Menschen, es überall zu diesen schlechten Taten kam und kommen musste, weil das menschliche Gehirn nicht dazu in der Lage ist, allein aus einer guten Absicht heraus, auch eine gute Tat zu begehen, wenn nicht die Belohnung gleichgerichtet dazu wirkt. Und das ist jetzt unsere Annahme als unserer Sekte. Ja, Wechsel? Ja, Wechsel eins. Ich kann auch sagen, wir sind jetzt beim Belohnungsthema. Das, was Janik schon zu beschreiben versuchte, würde ich auch so ausdrücken. Du, Dylan, sagst, die Leute auch mit ihren guten Absichten brauchen dann die äußere Belohnung, wenn die fehlt, oder es gibt für schlechte die größere äußere Belohnung, dann können sie nicht aus dieser inneren Wertigkeit, Motivation oder der in sich Belohnung durch die Vernunft Vernunftverantwortlichkeit beim wirklich vernünftig verantwortlichen bleiben, sondern dann drehen sie sich das irgendwie wieder zurecht, liegen irgendwelchen Zentralirrtümern und so weiter und machen nur Scheingutes, wo die Belohnung, das Belohnungsstreben, das äußere Belohnungsstreben das maßgebliche eigentlich ist. Ja, und da sagen wir, das ist korrupt, also eine nicht korrupte Motivation ist, ich tue das aufs Ganze gesehen vernünftig Richtige und Verantwortliche, weil es das aufs Ganze gesehen Richtige, Vernünftige und Verantwortliche ist. Irgendwas anderes als Ablenkungsfaktor zuzulassen oder eben als Faktor, der mich dagegen motiviert, ist Korruption. Und wir möchten korruptionsfreie Vernunftverantwortlichkeit, Gesamtverantwortlichkeit und sagen, das ist eben die größte Belohnung und Erfüllung für den Menschen auch, weil er so sein Wesen, seine Seele, seine Vernunftsseele entfaltet. Und es ist natürlich für die Welt auch die, ja, ein Hoffnungsschimmer, ein Hoffnungslicht, dass Menschen nach der Verantwortlichkeit gehen, ohne davon weg korrumpierbar zu sein. Und diese Ideen sind ja alle nicht neu, also die sind von den großen Philosophen, Religionsgründern und so weiter auch schon beschrieben worden. Also ich nehme mal als einen, der diese Belohnung in sich durch die Vernunft und Verantwortungspflicht sehr stark herauskristallisiert hat, Immanuel Kant, der gesagt hat quasi, je mehr man das Richtige tut aus Vernunft, Einsicht, ohne irgendeine Belohnung oder sogar, wenn einem Übles dabei passiert, das zeigt die geistig-sittliche Reife des Menschen. Also das Durchhalten der Moral, auch wenn es einem dabei dreckig geht, statt irgendwie äußere Belohnungen zu bekommen. Also eine Pflichtethik, eine ganz erklärte Pflichtbewusstseinsethik ist das. Und da hat man oft dem Kant ja entgegengehalten, naja, dann kann man nur ein guter Mensch sein, wenn man gleichzeitig leidet wie ein Tier oder so, dann ist ja jeder Genuss, den man dabei im Leben hat, ist ja schon quasi etwas, was zeigt man, ja, ist ja gar nicht die höchste Reife. Aber das muss man ja nicht so verstehen. Man kann es ja so sehen und so sehen, wer Schenker ist, dass wenn man dieser inneren Motivation, der reinen Vernunft, Seelen- und Verantwortungsmotivation folgt, das kann auch direkt sogar nach außen hin die schönsten Erfolge haben, weil das Schönste ist nicht Besitz oder gesellschaftlicher Rang, sondern der größte Reichtum, schönste Reichtum sind gute Beziehungen. Und wenn man nur ein paar Leute findet, mit denen man wirklich in Kommunen, in Glückskommunen, freie Argumente-Kultur und diese Art von Gesamtvernunft, Sinn, Verantwortlichkeit kultivieren kann, ist das mehr wert als alles andere. Der Weg ist gefährlich, weil die vielen anderen Menschen in der Welt, die ganz anders orientiert sind, das kann dazu führen, dass man, ja, ausgebeutet, abgeschlachtet, was auch immer, dass da üble Motive einen treffen, auch Verdrängungsmotive, dass die Leute einen hassen, weil man zeigt, dass etwas möglich ist, wo sie tief innerlich spüren, oh Mensch, das wäre es ja eigentlich, aber ich kriege es nicht hin, also haue ich besser die Tod, die vor meinen Augen zeigen, dass das machbar ist. Also das ist ein gefährlicher Weg, aber schon die kleinen Erfolge, in Anführungszeichen, also ein paar echte Menschen zu finden, mit denen man auch so dann diese Vernunft, Verantwortungsgemeinschaft bilden kann, ist trotzdem schon schöner als alles andere, was man finden kann. Also wir Schenker würden sagen, es ist nicht so, dass man die harte Moralpflicht möglichst frei halten soll von Genüssen, nein, so viel Genuss wie möglich ist gut, man sollte sich üben, dass man nicht auf den äußeren Genuss angewiesen ist oder dadurch korrumpierbar ist. Übung ist gut, aber ansonsten kann man den Genuss ruhig haben, ist alles schön, es darf nur nicht haltende Bedingung sein, sondern man müsste dem vernünftig, richtigen und verantwortlichen folgen, auch wenn eben der Genuss nicht da wäre oder man sogar, was weiß ich, dafür totgeschlagen wird. Ja, das sind die verschiedenen Botschaften und jeder Mensch tut ja gut daran, wenn er das dann jetzt tut, also mit seiner individuellen Elementarwissenschaft oder mit Blick auch in was auch immer für Wissenschaften prüfen und dann nach dem gehen, was einen zutiefst am meisten überzeugt oder glücklich macht kann. Wechsel Null. Ja, ich wollte nur kurz sagen, das war wirklich genial in Worte gefasst von dir, Öffi. Wechsel. Dankeschön. Also neue Runde, ja? Gerne. Ja, Wechsel 2. Ja, also ich finde, wir sind ja eigentlich jetzt bei einem schönen harmonischen Ende, weil für uns ist es natürlich ganz klar, für uns sind halt Menschen brandgefährlich, die sagen, wir können das, wir haben einfach die gute Absicht und deswegen sind unsere Taten auch gut, weil alles andere, wenn gute Taten belohnt werden, wäre das korrupt. Also für uns, ihr müsst uns so nehmen, wie wir sind. Wenn wir sagen, wir hatten die gute Absicht, dann sind auch unsere Taten zwangsläufig gut und das sind für uns, wir schätzen solche Menschen als unheimlich gefährlich ein, ja? Weil die die größten Selbsttäuscher sein können und die größten Pharisäer, wie das in der Bibel so schön heißt und so weiter. Und ja, also das heißt, für uns ist es ganz einfach, wir, unsere Bücher sind ja eben der Einbürgerungstest für unsere Botschaftsgelände Köln, der Karolinger Ring Köln. Karolinger Ring in Köln ist unser anvisiertes, angezieltes Botschaftsgelände Köln, das erste Gemeinwohllandes der Erde, das 194. UNO-Mitgliedes und das 31. NATO-Staates. Und wir werden ganz deutlich die Politik weiterfahren, die ich ja auch schon die letzten Monate gegangen bin, dass sich die ganzen Sektenmitglieder der verschiedenen Alternativen und sonstigen Sekten der verschiedenen geisteswissenschaftlichen Fachrichtungen und so weiter grundsätzlich nicht aufnehmen, sozusagen, wer diese Bücher nicht voll versteht und auch in Prüfungen beweist, dass er das kann, wäre uns zu gefährlich, weil er aus unserer Sicht unser Land zerstören würde. Aber so unterschiedlich sind halt also, ich sehe ja so wie gesagt, die Welt besteht ausschließlich im Kapitalismus aus solchen Sekten, weil mit der Erfindung des Tauschhandels zwangsläufig der Zentralirrtum in die Welt kam und aus einer Welt der Wahrheit, aus den Savannen, Bonobo-kommunistischen, pazifistischen Kommunen sozusagen zwangsläufig eine Welt der Irrtümer werden musste und ja, aber so ist das doch ein schönes Endergebnis. Wir glauben weder noch an die Wissenschaft, noch an die Universitäten, noch an die freie Argumentekultur, noch an irgendetwas, so etwas. Es gibt nur den Kampf, jede Sekte macht Werbung für sich, wie die Zeugen Jehovas und ich muss zugeben, die Zeugen Jehovas mit ihm aus unserer Sicht ihren Irrtümern ist ja viel erfolgreicher als die, als unsere Sekten. Ja, Wechsel. Ich kann Wechsel 1 eben kurz sagen, da war ein kleiner Formulierungsfehler drin, wir betrachten nicht die Belohnungen als korrupt, sondern die Belohnungen können okay sein. Korruption ist dann gegeben, wenn man von äußeren Belohnungen das Tun des richtigen, also des vernünftig sinnvollen und verantwortlichen abhängig machen würde oder dann deshalb nicht tun würde. Die Belohnung, wenn sie nicht korrumpiert, ist eine schöne Frucht des guten Tuns. Und ich kann vielleicht noch hinzufügen, wo ich da gerade beim Reden bin. Also ich glaube, ein direktester Selbstwiderspruch, Dylan will ja auf Irrtümer hingewiesen werden, ist seine eigene persönliche Entwicklung. Weil in früheren unserer Talks hier auch, hat er das selbst auch so beschrieben und auch mir gegenüber an anderen Stellen, dass er selbst schon früh auch sowas spürte, wie so einen kosmischen Einheitsrausch und sowas, also sich so eins zu fühlen mit der Welt und aus Sinnhaftigkeit und Verantwortlichkeit dann leben und handeln zu wollen. Und er hat gesagt, er hat seinen Beruf da als Psychotherapeut aufgegeben, weil er eben gesehen hat, das richtet Schaden an und er hat da gehofft, dass er die Menschen auch dafür gewinnen und überzeugen kann. Und sehr oft hat er ja gesagt, dass er auch gehandelt hat, eben weil er gesehen hat, kann man nicht ertragen, so sich unverantwortlich zu verhalten, obwohl es ihn eben wegen dieser fehlenden äußeren Belohnungen eher unterm Strich unglücklich gemacht habe. Also, dass er das nicht so nachvollziehen kann, eben mit dieser In-Sich-Belohnung und dass ihm das halt zu sehr gefehlt hat. Also, von daher sehe ich da, dass er das aber gut verstehen kann, was wir da als Möglichkeit dieser In-Sich-Belohnung und dieser tragfähigen Motivation meinen. Ende. Wechsel zwei. Ja, aber das ist immer wieder natürlich das Missverständnis meines, mein ozeanisches Liebesgefühl mit der Welt entstand ausschließlich in solchen kommunartigen Experimenten meinerseits, die ungefähr in die Richtung der Savannen-Bonobotischen Savannen-Bonobo-Schenker-Kommunistischen Gruppenfamilie gingen. Und immer dann, wenn es ein gutes Stück in diese Richtung ging, mit diesem ganz erfüllten Körperkontaktleben und so weiter, dann hatte ich dieses Liebesgefühl und ausschließlich dann, und das hatte überhaupt nichts mit irgendwie anderen Dingen oder Denken oder sonst wie zu tun, sondern das war rein dieses, dass das körperliche Wohlbehagen ausstrahlte, das eben in so eine Art Liebesgefühl der Welt gegenüber, weil eben, ja, weil man sich so sauwohl gefühlt hat, in diesen Gruppenfamilie andeutenden Lebenssituationen. Deswegen will ich ja auch wieder zurück in die Gruppenfamilie. Wechsel? Ja, Wechsel 1, du hast selbst gesagt, das ist alles gut und schön mit dieser sexuellen Gruppenehe-Vorstellung wie bei den Bonobos, aber du hast gesagt, bei uns Menschen ist diese geistige Ebene, auch der geistige Austausch doch so wesentlich, dass du dir nicht vorstellen könntest, eine Frau jetzt, womit keine freie Argumentekultur möglich ist oder so, dass das dir dann die erfüllende Körperlichkeit so geben könnte oder du dich da auf diese Beziehung einlassen wolltest. Bitte schon, bitte schon. Ja, also die, das ist ganz klar, also eine Frau, die nicht auch in meiner Klugheitsliga mit mir sinnvoll sprechen kann, das wird sicherlich nie, wäre nie die höchste Stufe der Erfüllung sozusagen in einer Gruppenfamilie. Das wäre schon schön, wäre das ähnliche Klugheitsliegen wäre ein Wechsel. Janik, du hast auch noch volles Konto. Ja, also wenn Öffi jetzt nichts sagt, dann kann ich ja nochmal einen anderen Punkt vielleicht aufgreifen. Dann sage ich mal Wechsel Null. Ja, bin ich dran jetzt? ne? Wir warten, wir hören. Okay, okay. Ja, also ich denke auch, also du, wenn du sagst, du hast deine Psychotherapie Praxis runtergefahren, das heißt, beziehungsweise ja irgendwie hinter dir gelassen trotz dessen, dass du dadurch ja dann wohl wirtschaftlich ja weniger Geld wahrscheinlich dann verdient hast oder bekommen hast, was ja auch zeigt, dass sozusagen, also du hast weniger Belohnungen bekommen, also du hast deine Psychotherapie Praxis geschlossen, obwohl du keine, nicht keine Belohnung dafür bekommst, sondern im Gegenteil sogar deine, deine, in Anführungszeichen wirtschaftliche, beziehungsweise deine, obwohl deine Belohnung runtergegangen ist. Wechselwunsch ist ja auch ehrenhaft, ist ja auch ehrenhaft da, wenn man dann da dem richtigen Weg folgt, auch wenn man nicht dafür eine Belohnung sozusagen bekommt, wechselt. Wechsel zwei. Ja, Janik, das ist eben gerade der Punkt, das ist, das habe ich gemacht, weil gerade weil ich gleichzeitig sicher war, dass das, was in unserer biologisch- naturwissenschaftlichen Sektenblase für absolute Wahrheit gilt, dass der Mensch eben, wenn die Belohnung weiterhin dafür läuft, für das Krankhalten mehr Belohnung als für das Gesund Halten von Menschen oder schnell gesund machen von Menschen, dass dann auch meine Psyche, genauso wie sie im Studium die Zentralirrtümer aufgenommen hat, ohne deren Irrtumscharakter zu erkennen, dass ich auch genau sozusagen dann wieder Opfer, dass solcher Zentralirrtümer werden kann, denn wenn ich einmal schon wegen des Geldverdienens anfällig war für Zentralirrtümer, dann werde ich das auch wieder sein, weil das offensichtlich eine Eigenschaft der menschlichen Psyche ist. Und wie gesagt, da unterscheiden sich ja unsere unterschiedlichen Religionen. Wechsel? Wechsel Null. Ja, also ich kann mir jetzt auf jeden Fall vor, oder ich kann mir vorstellen, dass, wenn man das jetzt mal so betrachtet, der Mensch möchte glücklich sein und er wird nur glücklich, wenn er seinem Gewissen folgt und ja, und da kann ich mir dann eben ja, gut vorstellen, dass wenn man dann solche Irrtümer erkennt, dass es dann nicht dem eigenen Glück dient, Wechselwunsch weiter zu folgen, auch wenn man da vielleicht Geld für bekommt und ja, insofern, also ja, ich lasse das so stehen, Wechsel. Wechsel 2. Ja, der Witz ist nur, dass ich dadurch ja nicht glücklicher geworden bin, sondern gerade unglücklich geworden bin, weil ich nämlich auf die Karte gesetzt habe, ich höre auf, das Falsche zu tun und es wird mir gelingen, eine neue Realität zu kreieren, in der das richtige Tun von großem Erfolg gekennzeichnet ist und genau das ist nicht gelungen, also auch wenn ich jetzt ja mit aufgenommen wurde in den Weltrat vor einigen Jahren, ist es uns ja nicht gelungen, diese neue Realität bis jetzt zu schaffen, das Buch ist ja auch nur ein Versuch in diese Richtung, das heißt in der Summe kann man sagen, ich habe es verpasst, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich nicht meinem Gewissen gefolgt wäre, wäre ich wahrscheinlich insgesamt besser dran als jetzt. Wechsel? Wechsel null, ja da wäre dann die Frage, also ob man dann nicht ziemlich zernagt werden würde durch sein Gewissen, wenn man da dem nicht gefolgt ist und jetzt stell dir vor du würdest jetzt weiterhin die Patienten in Anführungszeichen behandeln, trotz dem Wissen, was in deinem Hinterkopf spuckt, dass das eigentlich verkehrt ist, also da kann ich mir schon vorstellen, dass das für das eigene Glückswohlbefinden besser sein kann, da eben nicht diesen faulen Kompromiss weiter zu praktizieren, Wechsel Wechsel zwei, ja aber es ist eben leider genau das Gegenteil, also ich habe einfach kalkuliert, es würde gelingen, eine neue Realität zu schaffen, mit den entsprechenden Kommunen dazu und den entsprechenden Realitäten und das ist einfach hat nicht funktioniert und damit ist meine Kalkulation, also mein Unternehmen quasi einfach schief gegangen und ich muss jetzt den Preis dafür bezahlen, ja, dass ich eben jetzt dadurch unglücklicher bin, als wenn ich einfach mein Business, ich habe das auch dieser Frau, die Psychotherapeutin, die die Rezension geschrieben hat über uns, ich habe sie davor gewarnt, ich habe ihr gesagt, behalten sie ihre Praxis weiterhin, steigen sie nicht aufgrund der Bücher vorschnell aus, weil das geht dann vielleicht genauso nach hinten los wie bei mir, Wechsel? Wechsel null, ja, also ich denke, ich denke, dass man mit so einem Gewissenskonflikt, auch wenn man dann vielleicht noch viel Geld hat, dass man dann besser fährt, sag ich mal, ohne oder beziehungsweise weniger Gewissenskonflikt, also das wiegt das nicht auf, also diese kapitalistischen Entlohnungen und in Anführungszeichen Annehmlichkeiten, die können einen Gewissenskonflikt nicht wirklich auflösen oder so oder aushalten, wenn der erst mal da ist. Wenn der Psychotherapeut davon gar nichts weiß und tatsächlich in seiner Filterbase so lebt und dann tatsächlich auch davon überzeugt ist, dass er Gutes tut mit seinen Patienten, dann ist das ja sowieso was anderes, aber ab dem Zeitpunkt, wo der eigentlich weiß ja, eigentlich wäre das so, oder eigentlich macht das gar keinen Sinn und das aber trotzdem weiter praktiziert in dem Wissen, da kann ich mir wirklich vorstellen, dass das problematischer ist, als dann sozusagen sich auf diesen unbekannteren Weg vielleicht auch zu begeben, wo man dann vielleicht auch relativ alleine dasteht, aber dafür dann wie gesagt mehr in ein gewissen kommen kann und ja, also ich denke, ich meine wir Schenker sagen ja auch, also selbst wenn jetzt keiner kein einziger mitmachen würde, dann würden wir es trotzdem alleine tun, also dass man sein eigenes Wohlbefinden jetzt auch nicht von den Ende auch von komplett abhängig macht, das andere oder das andere ist auch so Wohl, Wechsel. Wechsel zwei, ja eben das ist eben der Punkt, dass ich habe dieser Frau geraten, das kriegen Sie hin, auch wenn Sie das Buch gelesen haben, können Sie trotzdem einfach ganz mechanisch genau das gleiche tun wie bisher, die gleichen Theorien, auch wenn Sie sie vielleicht mittlerweile für falsch halten, können Sie sie einfach genau so praktizieren, wie es ja auch vorher immer ging und machen Sie das lieber, solange wir nicht sehen, dass hier generell beim Botschaftsgelände, ja, so muss dir mal vorstellen, was es bedeutet, ich mache drei Stunden Öffentlichkeitsarbeit am Tag draußen und ich verkaufe da ein Buch, ja, vielleicht in den drei Stunden, jeden Tag eins und im Durchschnitt und die anderen zwei Stunden, 30 Minuten, es ist oft ein halbstündiges Gespräch und so weiter, aber sind sozusagen erfolglos und wirkungslos und das ist so frustrierend, dass ich es also sage, nein, also mein Fehler war zu denken, dass wenn ich aussteige, dass daraus eine neue Realität entstehen könnte und das sehe ich als einfach meinen Lebensirrtum, der mir viel Leid gebracht hatte, vom Superstar meines Faches sozusagen zum Erfolglosen, der in drei Stunden gerade mal ein Buch verkauft, weil sozusagen die Sekte der Biologen und Naturwissenschaftler unheimlich dünn ist in der Welt Wechsel. Ja, Wechsel 1, ich kann da auch, ich habe vorhin nicht viel weiter zu erzählen gehabt, weil Dylan, ich habe dich darauf hingewiesen, dass du selbst diesen hohen Anspruch mal hattest, dieses hohe Moralgefühl in dir, das Richtige bedeutet, dass man das Richtige zu erkennen bedeutet, das Falsche aufzuhören und dann muss man eine Welt schaffen, in der das Richtige halt wirklich auch mit dazu passenden Menschen verwirklicht werden kann, das System und da ist es so, also mein Tipp an dich wäre auch, konzentrier dich auf diese positive Kraft, die darin liegt, das gute Gewissen, der Vernunft Sinn im Tun, konzentrier dich auf die paar wenigen, man darf da halt nicht gleich die Massenbewegung dann zur Bedingung auch machen, wäre auch wieder korrupt, konzentrier dich auf die paar Menschen, mit denen man da den nächsten Schritt machen kann, kleine Zellen bilden kann, mit uns schon so sprechen kann, Kommunen bilden kann und so weiter und dieses Glück kann dann weiter tragen, auch sogar wenn es viel schlimmer noch käme mit dem Leiden. Ja, bitteschön. Wechsel zwei. Ja, Öffi, all diese Dinge habe ich nie gesagt und auch nie gemeint, Wechsel. Achso, naja, gut, aber jedenfalls mein Tipp ist und bleibt, konzentrier dich auf dieses Befolgen des Gewissens, dann kann es dich so glücklich machen, dass es trägt und gegen das Gewissen weiter Falsches machen, den Menschen Schaden zufügen für Geld und so, also es ist bestimmt nicht der Weg, der einem Menschen, der das durchschaut hat, dann noch Erfüllung bringt und wo du jetzt von dem Buch gesprochen hast, also ich brauche gar nicht immer viele Einzelheiten jetzt beschreiben, also ich meine, wenn du in drei Stunden ein Buch verkaufst, also du hältst es ja für das wichtigste Buch der Menschheitsgeschichte und willst da 1000 Euro für haben, also wenn du da in drei Stunden eins verkaufst, würde ich das schon für eine geniale Leistung auch halten, also wir haben auch jetzt sozusagen ein Buchprojekt gerade hinter uns, also ich habe ein Buch geschrieben, Gandhi kann ganzheitlicher, Gandhi 21.0 kann ganzheitlicher Frieden uns retten, welche Bedeutung das Buch hat, lasse ich völlig offen, ob da von welchen gekauft werden, lasse ich auch völlig offen, auf unserer Website lilithopia.de kann man es kostenlos downloaden und ja, da kann sich da jeder sein Bild machen, aber er braucht gar kein Buch lesen, sondern die Dinge, die wir jetzt hier aussprechen, also diese Kerngrundsätze, die Yannick und ich hier benennen, dass man durch Befolgung des Gewissens und seiner Vernunftseele das Glücklichste aus sich macht, was denkbar ist fürs Innenleben, fürs Gemeinschaftsleben und für den Beitrag zur Welt, ja das spricht eigentlich so sehr für sich, dass man da eben auch sagen kann, man streut sozusagen den Samen aus und hofft, dass er möglichst viel aufgehen möge. Unabhängig davon, ob er es tut. Neue Runde. Augenblick, wie geht das? Eins, zwei, Wechsel zwei. Ja, also ich finde, wir haben jetzt ein schönes, persönliches Ende. Jeder bleibt bei seiner religiösen Sichtweise, wir bleiben bei unserer naturwissenschaftlichen, sektiererischen Religion und ihr bleibt bei eurer und jeder Wissenschaftler bleibt bei seiner Religion, weil es für uns jedenfalls keine Wissenschaft gibt, weil das sich alles in unterschiedlichen Religionen aufgelöst hat, in Kapitalismus und aufgeweicht hat und ja, also ich würde sagen, jetzt ist die Sache rund, denn also ich darf unseren 800 Abonnenten nicht mehr zumuten, dass ich lauter Sendungen produziere, die nicht mal eine Person zu Ende schaut, wobei meine sonstigen Sendungen eher bis zu zehn Leute haben, die von Anfang bis Ende zuschauen. Ja, das heißt also offensichtlich lieben unsere Zuschauer und die, die Sympathie haben mit Next Scientists for Future und Weltrat keine, auch nicht mehr die Diskussion oder den Versuch einem gemeinsamen Boden von überhaupt etwas zu finden, sondern so wie die Artikel sind, die Öffi glaube ich angedeutet hat, jeder kann nur versuchen so laut wie möglich zu schreien und die Zeugen Jehovas werden immer mehr Leute haben, weil es immer mehr Menschen gibt in der Klugheitsliga der Zeugen Jehovas als in der Klugheitsliga der Biologen und Naturwissenschaftler, weil einfach schon die Arbeitsmenge eine viel größere ist, die die Voraussetzung für die Liga der Biologen und Naturwissenschaftler ist, das ist einfach quantitativ von der Arbeitsmenge, was man da studieren muss, viel größer, also wird es immer viel mehr Menschen sein, die den Zeugen Jehovas zufliegen als uns und jeder muss für sich einfach laut das Megafon nehmen, Öffi hat man früher vom Megafon geschrieben, ich hoffe, ich gebe das realistisch wieder, dass eben jetzt, es bleibt uns nichts anderes übrig, jeder nehme sein Megafon und rufe in die Welt rein, so gut er kann, aber eben für mich ist die Wissenschaft im Kapitalismus eine Unmöglichkeit, genauso wie die freie Argumente Kultur im Kapitalismus eine grundsätzliche Unmöglichkeit ist, dass es alles nicht möglich ist, der Mensch ist ein animale irrationale, da müsste ich jetzt noch mal Latein mir richtig anschauen, die Deklinationen stimmen bestimmt nicht, es könnte auch sein, Animal irrational ist oder so, nein, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall ist der Mensch ein absolut irrationales Tier, das im Kapitalismus in der Hochzeit der Irrationalität natürlich auf allen irrationalen Kaninengebrühe glücklich ist und ich würde sagen, lass uns jetzt hier freundschaftlich uns verabschieden, ich finde, das ist ein gutes Endergebnis, mehr ist uns Menschen nicht möglich, ne, Wechsel? Ja, im Wechsel eins, also der Unterschied ist jedenfalls recht deutlich beschrieben, auch in dem, was du jetzt sagst, Dylan, wir sagen, wir brauchen einen System Change, einen System Wandel der Durchsetzungslogik, dass es nicht mehr darauf ankommt, wer äußerlich am meisten schreien oder sich mit Geld und Lobby und Durchboxen besser durchsetzen kann, sondern der System Change müsste so sein, dass auch jemand, der nur mit leisester Stimme einmal seinen Beitrag sagen kann, dass der Argumente gleichberechtigt daraufhin geprüft wird, ob seine Inhalte eben von der Argumentequalität her zutreffen oder wie gut sie zutreffen im Vergleich auch mit dem anderen, was es an Standbocken gibt. Das ist die freie Argumente-Kultur, das ist die Kultur, die danach geht, langfristig vernünftig zu planen und zu schauen, was hat welche Folgen, welche Folgen sind schlecht und danach zu gehen, statt nach kurzsichtigen Durchsetzungen, die gar nicht nach den so weit wie möglich schauenden Argumenten gehen, was wir für einen Katastrophenkurs halten, nicht nur wir, also dass das ein Katastrophenkurs ist, ist eine weit verbreitete Sicht, sogar die Artikel, die ich ansprach, haben das im Grunde genommen gleichzeitig zum Ausdruck gebracht. Okay, also diesen System-Change der Durchsetzungskultur, den halten wir für nötig, der ist auch das Schönste und Beglückendste, was ein Mensch tun kann, innerlich schon gemeinschaftlich und als Beitrag für die Welt. Und insofern ist die Einladung da und jeder kann es prüfen. Ich kann mir vorstellen, warum die Leute nicht zu Ende gucken die Sendung, weil sie das eben alle verdrängen, deshalb steht man so alleine da, deshalb ging Jesus alleine zum Kreuz und die Leute lassen sich lieber von irgendwas verführen, wo sie ihre kleinen Interessen besser kultivieren können. Tollstes Beispiel, eine Frau, die bei uns war, eigentlich die Ideale gut fand, fährt nach Hause in ihre Heimatstadt zurück, vor der Tür trifft sie Mormonen und sagt sich sofort, Mormonen von meiner Tür in diesem Moment, die hat mir Gott geschickt, ich werde Mormonen. Alle Vernunft Argumente und in die Kommune zu kommen, waren alle weg, weil die Mormonen vor der Tür gestanden und das ist dann der Grund, sie wird Mormonin, weil Gott es so gewollt hat. Solange die Menschen so drauf sind und nicht nach Haltargumenten gehen, solange müssen sie halt ran. Ende, Wechselwunsch, Wechsel zwei war das, ja, eben, aber wie gesagt, das sehen wir nicht so, diese Hoffnung auf einen System Change der neuen Kommunikationskulturen und so weiter haben wir nicht mehr, wir haben, halten das alles für falsche Vorstellungen, die Menschen sind so, wie sie sind und wir, also jedenfalls wir, wir sehen das so und eben wie gesagt, meine Aufgabe ist, ich darf das meinen Zuschauern nicht zumuten, ich muss wieder die üblichen Reden halten, die dann wenigstens mal von zehn Leuten am ganzen Stück geschaut werden, von Anfang bis Ende, vom ersten Wort bis zum letzten Wort und darf nicht unsere Kanäle, in denen ja viel Arbeit steckt, unsere Sender einfach so aufs Spiel setzen, ja, also von daher, was spricht dagegen, dass wir uns schön verabschieden und ich wünsche euch Glück, weiterhin Leute zu finden, die den Glauben noch haben, dass man doch durch Gespräch sich annähern könne, mir ist der Glaube zu tausend Prozent verloren gegangen und wenn ich etwa einer Sache ganz sicher bin, dann bleibe ich auch dabei, Wechsel. Ja, Wechsel Null, ja, also wir sind hier in einer ganz freien Runde, wo in freier Argumentekultur jeder eingeladen ist, zu kommen und zu gehen und wir haben uns ja auch viel ausgetauscht und ich denke, es ist auf jeden Fall sinnvoll, da auch wenn jetzt auch wenn es vielleicht zäh ist und ja genau, auch wenn es vielleicht zäh ist, dann an den richtigen und wichtigen Dingen dran zu bleiben und da laden wir auch gerne weiterhin zu ein und ja, genau, Wechsel. Ja, Wechsel eins könnte ich als Schlusswort noch dann so sagen, also von mir aus, ja, da ist frei, wie gar nicht gesagt hat, von mir aus wäre die Weiterkommunikation, um so gut wie möglich mit freier Argumentekultur voranzukommen, natürlich ganz toll, aber wie du oder wie du mit Blick auf deine Zuschauer das vielleicht gerne machen willst. Übrigens, wir hätten ja auch noch wegen dieser Geschichte damals in dem einen Chat, wo du gegangen bist, weil du gesagt hast, du würdest da nicht ausreichend geschützt, haben wir auch noch eine Möglichkeit im Forum vielleicht eine Dreisatz Mediation miteinander zu machen und ich bin da im Moment in verschiedenen Konflikt Bearbeitungen, Mediationen, unter anderem mit dem Langosch da, also die ja auch bekannt und da sind wir drauf gekommen, mal auf die Idee zwischendurch, kannst du mal einfach überlegen, ich schlug dich vor und er meinte, ja den Dillen könnte man vielleicht nehmen, weil er auf uns beide schimpft, als ein Argument der unparteiischen Nutzlichkeit sozusagen als Konfliktenhelfer, ja also diese Dinge sind alle weiter möglich Dillen und herzliche Einladung, so wie an alle Menschen, auch an die Zuschauer, wer mit uns was machen will, also ob hier talken oder in dem Forum schreiben oder neue Methoden auch der freien Argumentekultur und gewaltfreien Kommunikations und Konfliktkultur zu erfinden und auszuprobieren, da Experimente zu machen. Wechselwunsch? Bei uns seid ihr alle herzlich willkommen, komme zuhauf! Wechsel zwei? Ja, ne, also ich weiß ja, dass ich mich dann jederzeit wieder melden kann, wenn ich mal wieder einsteigen wollte, aber im Moment bin ich einfach zufrieden mit einem Endergebnis, ja, denn wir haben ja die letzten Wochen munter unser Gehirnjogging gemacht und so weiter, aber ich sehe jetzt, ja, ich habe ja diese Woche dann wirklich gesehen, ein versöhnliches Endergebnis, dass ich einfach für mich klar geworden bin, der Kapitalismus hinterlässt, es gibt, kann im Kapitalismus gar keine Wissenschaft oder keine Entwicklung hin auf irgendwelche Wahrheit geben, was menschliches Leben anbetrifft, sondern dass es einfach nur unterschiedliche Religionen gibt, die alle völlig unbeeinflussbar sind, genauso wie ich jahrelang mit Zeugen Jehovas reden kann, da wird sich nie was bewegen und genauso werden die Zeugen Jehovas sagen, ja, wenn ich mit einem religiösen Biologen rede, der also die Naturwissenschaftsreligion hat, der bewegt sich ja auch keinen Millimeter, da haben sie auch recht, ja, das heißt, wir sind also sozusagen zu einem wunderbaren Ergebnis gekommen, alle im Kapitalismus müssen einfach alle Religionen nebeneinander existieren und wie sagt man das, Werbung machen für Minavi, da gibt es so einen Fachbegriff Öffi, wie heißt der Fachbegriff? Umschreib nochmal. Ja, wenn Christen Werbung machen, dann ist das Mission, Mission, ja, genau, und jeder muss missionieren, so gut er kann, ja, aber das hat nichts miteinander zu tun, also, Wechsel, Wechsel, Wechsel 1, alles spannende Experimente, zum Beispiel die Zeugen Jehovas, ich sage gerne hier an dieser Stelle etwas, was ich als argumentativen Sprengstoff betrachte, auch in meinen bisherigen Diskussionen mit den Zeugen Jehovas, sie sagen auch, dass das jetzige System das System Satans sei und dass das System Jesu, wie er es ja auch beschreibt im Neuen Testament, dass das da eigentlich an die Stelle setzen sollte. Sie sagen aber, ihre Aufgabe ist jetzt eigentlich nur das Predigen und die Herbeiführung dieses Lebens nach dem neuen System, das wird Gott durch sein Eingreifen dann machen. Mein Gegenargument ist, und das kann man ja als ein Versöhnungsargument für die Standpunkte sehen, mein Argument ist, Jesus hat im Neuen Testament klar gesagt, dass wir nicht warten sollen auf ein Eingreifen Gottes, sondern dass wir das neue System zum jetzigen Satansystem, dass wir es direkt durch unsere Nachfolge und die Verwirklichung von Gemeinschaften des Reiches Gottes hier umsetzen sollen. Und wenn sie das mit uns gemeinsam machen wollten, dann könnten wir da eine entscheidende Brücke haben. Also meine Einladung hiermit an alle Zeugen Jehovas, wenn mein Argument stimmt, dass wir es direkt machen sollten, kommen zuhause. Jannik, du hast noch Zeit? Ja, also ich habe jetzt gerade gar nichts weiter zu sagen. Ja, dann doch noch Schlussrunde, würde ich sagen. Klar, gerne. Äh, Wechsel zwei. Ja, aber dann, ich finde also auf jeden Fall, dass wir ein wunderbares Ergebnis haben. Also ich lasse die Zeugen Jehovas zu Jeugen Jehovas sein. Die Zeugen Jehovas lassen die biologischen, naturwissenschaftlich religiösen Menschen ihre Religion weiter verfolgen. Wir lassen die Alternativler ihre Religionen weiter verfolgen, die Schenker. Jeder kann seine Religion weiter verfolgen und missionieren so gut er kann und das ist doch ein tolles Ergebnis. Wenn ich mal zu einem anderen Ergebnis komme und denke, dass irgendein Argumentieren tatsächlich irgendwas noch Konstruktives bewirken könne, dann werde ich natürlich einfach mich wieder per E-Mail melden und wieder an Samstagen teilnehmen. Die Technik haben wir ja jetzt wieder an der einfache Technik der Aufnahme, aber für mich war es das jetzt erst einmal und ich bin zufrieden, dass ich für mich diese wissenschaftliche Klarheit gewonnen habe. Ich fasse die auch noch einmal zusammen für uns die biologische Religion sozusagen ist der Mensch nicht anders vorstellbar als das wenn er gute Absicht hat, aber die Belohnung für die dazugehörige gute Tat leider ausbleibt, sondern die schlechte Tat höhere Belohnung oder viel höhere Belohnung und bessere Belohnung bringt als die faktisch gute Tat dann dreht sich die Psyche um und nimmt einfach einen der immer irgendwo rumgeisternden Zentralirrtümer auf oder jemand der den Zentralirrtum hat und dann die faktisch schlechte Tat tut den großen Profiteinheim der setzt sich in der Evolution durch hinterlässt mehr Kinder breitet sich aus in der Evolution und jeder der sozusagen tatsächlich bei der guten Tat bleibt stirbt aus und in der Evolution können immer nur die überleben die immer nach den größten Ressourcen sich aneignen und deswegen können im Kapitalismus leider in der Evolution das Kapitalismus immer nur die mit den schlechten Taten überleben und die mit den guten Taten sterben grundsätzlich immer aus und insofern glauben wir dass natürlich jemand wie ich zum Beispiel so dem guten Taten folgen kann aber der Preis ist das Leiden das Leiden daran dass man dann ziemlich alleine damit steht als Ausgestiegene der und man eben mit ansehen muss wie die anderen die Erfolge haben und man selber allein ist weil man eben nicht mehr das große Geld verdient Wechsel Wechsel eins wie ihr seht liebe Zuschauer auch gibt es aber diese seltsamen Exemplare wie die Schenker wie Yannick und mich die sind noch nicht zugrunde gegangen die sind noch nicht ausgestorben die gucken eigentlich ganz fröhlich und erfüllt aus der Wäsche hoffe ich doch zumindest mal obwohl ihr Leben äußerlich kerklich sein mag ist es trotzdem so dass sie nicht ganz alleine dastehen dass sich kleine Gruppen von Menschen jetzt bilden lassen wie viele es mal werden können muss man ein Stück weit in die Hand der Menschen und Gottes geben sein bestes dafür tun aber also man kann sich schon so fühlen dass alleine durch den wichtigsten Reichtum die innere Seelenerfüllung und gute Beziehungen unter Menschen dass was möglich ist und wir laden euch ein das alles von allen Seiten zu prüfen zu betrachten für euch eure Entscheidungen zu treffen macht euch so glücklich wie geht ja es gibt ein paar Standorte Aktionsformen die wir haben nach über 30 Jahren von Schlenker Bewegung wo ihr auch alle nicht direkt vor hungern erfrieren müsst oder erschlagen werdet sondern wo man sich anschauen kann und ja wo man auf eine zumindest überlebensfähige ich würde sagen sogar beachtlich akzeptable Weise mitleben kann also sogar ja nicht nur es gäbe was zu essen im Winter und beheizten Gemeinschaftsraum vielleicht es gibt sogar Strom und Internet in den meisten Projekten wo man da Zugang zu hat das ist was anderes als nur gerade ich sag mal halbtot gehauen den Rest des Todes dann durch Hunger und Kälte leiden zu müssen es steckt ein Potenzial drin prüft dieses Potenzial ja Wechsel Null kann ich auch nochmal kurz was sagen ja da schließe ich mich an was Öffi gesagt hat also wir haben die Möglichkeiten wir haben die Projekte ich wüsste nichts schöneres als diesen Weg zu gehen wo man eben sich nicht korrumpieren lässt wo man eben nicht in diesem Gewissenskonflikt leben muss und wo man direkt nach seinem Gewissen leben kann und da ja wirklich Sinn in seinem Leben erfahren kann genau da sind alle zu eingeladen auf www.global-love.io findet man ja so die Hauptinformationen ja und dann würde ich sagen wünsche ich uns auch schon mal einen schönen Abend wechsel zwei ja von mir aus auch einen schönen Abend jeder glaubt seine Religion und wir wir missionieren für unsere Religion versuchen die das Botschaftsgelände Köln das ersten Gemeinwohllandes der Erde zu füllen und irgendwann hoffentlich durch die Bücher den ersten Milliardär zu erreichen mit dem wir vielleicht wirklich ein Gemeinwohlland kaufen können und bei der UNO anmelden dürfen mit neuer Verfassung so dass wir dann auch im Botschaftsgelände Köln nach der Verfassung dieses neuen Landes leben dürfen und damit nicht mehr unter den Einschränkungen einer kapitalistischen suppressiven Gesetzeslage leben müssen sozusagen das wäre doch schön wobei ich dann doch in das andere Land ziehen würde also ich wünsche allen einen schönen Abend ich bin jetzt dann also die nächste Zeit nicht erst mal nicht mehr dabei bis ich wieder den Gedanken bekomme dass doch zwischen den verschiedenen Religionen der Welt sozusagen ein überhaupt ein Dialog sinnvoll sein kann im Moment sehe ich überhaupt keinen Nutzen in einem Dialog der verschiedenen unterschiedlichen der biologisch naturwissenschaftlichen Religion verglichen mit den anderen Religionen der Welt da sehe ich überhaupt keine Nutzensmöglichkeit wie offensichtlich auch die Zuschauer nicht ja ich wünsche allen einen schönen Abend und ja dann ich melde mich also wieder sofort sobald ich mal denke dass also ein Dialog der Religionen doch irgendwie konstruktiv sein könnte wechsel ja wechsel eins dann sage ich auch tschüss prüft alle gründlich die Potenziale denn es gibt einen schönen Spruch denn das Leben ist ein verlorenes gut wenn man es nicht so gelebt hat wie man es eigentlich gewollt hätte alles klar ich wünsche dabei viel Glück Tschau schönen Abend Tschüssi Tschau Dankeschön Tschau